Ich mache beides gerne, ich habe in der Vergangenheit ja auch viel Fernsehen gemacht und auch jetzt vielleicht noch, hoffentlich, ich will mich da nicht festlegen, aber es ist natürlich immer schon mal was anderes, wenn man dann irgendwie im Kino sitzt und sozusagen das Produkt so auf der Leinwand sieht und auch eine Premiere hat und so und einfach dieses Kinoerlebnis, dieses Theatererlebnis einfach so spürt, das ist schon toll. Also es gab jetzt in meinem Fall nicht so viel anzunähern, ich kenne die Rolle ja. Also Cem habe ich jetzt ja drei Staffeln lang in einer Serie gespielt und deswegen war das nichts Neues für mich. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, einfach immer ein gutes Buch zu haben. Also man kann aus einem schlechten Buch einfach auch keine guten Rollen formen. Und wenn ein Buch gut geschrieben ist und man es liest und sofort so ein Bild vor Augen hat oder so eine Figur sich vorstellen kann, dann ist das schon mal der erste Schritt. Das ist im Bestfall so, dass man dem Regisseur vertrauen kann. Also das klappt auch nicht immer, aber im Bestfall ist es so, dass man da auf einer Wellenlänge ist und sich da total dieselbe Sprache hat so und also nicht Deutsch, sondern dieselbe Bildsprache, Vorstellungssprache und wenn man da so einen Weg findet, dann ist das immer das Beste. Ich fand das toll, dass wir in Thailand gedreht haben und da so eine besondere Umgebung hatten. Das hatte was Abenteuerliches. Also man hatte Moskitos am Set und unglaubliche Hitze teilweise und so. Aber das ist ja auch, ich finde, das macht auch Filmmachen aus. Also Filmmachen bedeutet ja immer Arbeit. Also da irgendwie so im Studio zu sitzen und irgendwie dann Kohle in der Pause zu schlürfen, kann ja jeder. Aber das ist schon gut, wenn man so ackert und sowas tut für einen Film. Es gab nie so einen Moment, so einen auslösenden Moment oder so. Mir hat es einfach immer Spaß gemacht, auch in der Schule schon und ja, also ich wusste einfach immer, dass mir das Spaß macht. Aber ich hatte nie so den Moment, wo ich wusste, jetzt werde ich Schauspieler. Das ist so entstanden. Also wer wirklich Schauspieler werden möchte, dann dem würde ich raten, eine Schauspielschule zu besuchen, ganz klassisch. Genau, erstmal Abitur machen und dann auf die Schauspielschule gehen und dann Schauspieler werden. Ich bin da so reingerutscht. Was auch passieren kann, also beim Film gibt es viele Kollegen, die da sozusagen, da so in dieses Business reingerutscht sind und sozusagen durch die Arbeit an sich gelernt haben. Aber das ist eher Zufall sowas. Also man sollte sowas schon eigentlich, das ist ein Handwerk auch. Also man sollte schon eigentlich lernen. Und gerade wenn man Theater spielen möchte, muss man sowieso eine Schauspielschule besuchen. Also das ist schon das Beste. Erstmal was lernen und dann wird Kohle gemacht. Selbst auf der Schauspielschule muss man dann auch, wenn man auf der Schauspielschule war, muss man, das ist dann auch noch irgendwie am Set sozusagen, das kann dir keine Schule beibringen, was du am Set machst. Das muss man dann sozusagen auch noch lernen. Also diese Scheu auch vor einer Kamera zu verlieren und einfach offen zu sein und so und und sich davon nicht beeindrucken zu lassen, dass da 50 Leute zugucken und so und auch so diesen Set-Alltag, diese Routine so zu erlernen, das gehört schon alles dazu. Zu wissen, was eine Dispo ist. Eine Dispo ist zum Beispiel ein Tagesplan, auf dem steht, was gedreht wird. Wusste ich zum Beispiel nicht. Als ich das erste Mal gedreht habe, hieß es, Elias, wo sollen wir deine Dispo hinfaxen? Ich habe gefragt, was ist eine Dispo? Also sowas bringt dir keine Schauspielschule bei, aber das lernt man ja alles, wenn man will. So im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass einfach mein bisheriger Werdegang einfach schon, das geht ja schon sehr lange. Also ich drehe jetzt ja schon seit zehn, elf Jahren ungefähr, drehe ich Filme und Serien und was auch immer. Und das ging ja alles so, das ging ja nicht von heute auf morgen, sondern das war ein jahrelanger Prozess sozusagen, jetzt hier zu sitzen. Und ich hoffe auch, dass es nicht das Ende ist. Also ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht. Aber man kann sowas eben, wie gesagt, nicht planen oder nicht erhoffen. Ich glaube, man muss einfach immer am Ball bleiben und seine Arbeit bestmöglich machen und Spaß vor allem und Freude an der Arbeit haben. Und ich glaube, dann kann es sein, dass sowas irgendwann antritt. Dass man auch irgendwie so einen Erfolg dafür verspielt oder was zurückbekommt von der Arbeit. Ich glaube, die Szene mit dem Hai war immer besonders, weil ich da immer diesen toten Hai aus dem Wasser befördern musste und wieder zurück und wieder mit dem unter Wasser tauchen musste und wieder raus und so. Und das war schon sehr abgefahren, irgendwie mit so einem toten Hai im Meer zu baden. Wir haben ihn nicht getötet. Ich war es nicht. Das war auch nicht die Produktion, das war auch nicht der Verleih, auch nicht der Regisseur. Es waren thailändische Fischhändler. Aber das war besonders.